von Max-Planck-Instituten der Gärtner-Treibhauseffekt wiederverwendet. Also das muss man sich mal vorstellen. Man wird kritisiert, dass man ganz alte Dinge hervorholt. Man wird kritisiert, dass man sagt, das ist falsch, den Gärtner-Treibhauseffekt als Treibhauseffekt-Analogon zu verwenden. Das wird man kritisiert, aber die gleichen Leute benutzen ihn dann trotzdem noch, um ihre quasi-religiöse Botschaft zu verbreiten. Und das ist schon eine Unverschämtheit. Die nächste Version ist der Treibhauseffekt nach Arrhenius, die historische Version. Arrhenius sagte, wenn man das CO2 aus der Atmosphäre entfernt, wäre die mittlere Bodentemperatur 0,5 Grad Celsius. Das hat damals der Arrhenius behauptet. Das hieß eben, mehr CO2, höhere Temperatur. Arrhenius schätzt ab, dass CO2 etwa 18,7% der Bodenstrahlung absorbiert und verwendet das sogenannte Stefan-Boltzmann-Gesetz in unzuverlässiger Weise. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz ist ein physikalisches Gesetz, welches sagt, welche Strahlungsleistung ein schwarzer Körper der Temperatur T erbringt. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz kann man als Näherung für reale Strahler verwenden. Zum Beispiel, wenn ich eine Wolfram-Glühlampe habe, die glüht bei 3000 Grad, dann kann ich ganz gut die Strahlungsleistung einer solchen Glühlampe berechnen mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, weil näherungsweise die Glühlampe bei 3000 Grad sich wie ein schwarzer Strahler verhält. Sie alle kennen ja diese schönen Bilder vom Schmied, dass ein Metall zur Glut gebracht wird. Und je stärker es erhitzt wird, desto heller ist diese Glut. Das Farbspektrum verschiebt sich von Dunkelrot bis Weiß, Gelb, Weiß. Und wenn man jetzt die gesamte Strahlungsleistung nimmt, wird sie sehr gut durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschrieben, welches eine T hoch 4 Abhängigkeit beschreibt. T hoch 4 ist T mal T mal T mal T. Man sieht also, wenn die Temperatur in die Höhe geht, dann steigt es ganz stark an, diese Strahlungsleistung. Und der schwarze, ideal schwarze Körper ist praktisch ein schwarzes Objekt, welches erst anfängt zu glühen, wenn es heiß genug ist. Und es ist eine Konstruktion der theoretischen Physik und anwendbar auf glühende Metalle. Es ist aber nicht gut anwendbar auf Gase, auf transparente Gase, überhaupt nicht gut anwendbar. Auch zum Beispiel auf unseren Erdboden ist es nicht gut anwendbar. Infrarotthermometer, mit denen man die Temperatur berührungslos messen kann, nutzen dieses näherungsweise Stefan-Boltzmann-Gesetz. Aber diese Infrarotthermometer, die werden natürlich geeicht an realen Körpern, sodass man sagen kann, dass diese Gesetze zunächst erstmal für reale Körper sehr vage sind. Entscheidend ist aber, dass Arrhenius dieses Gesetz noch falsch anwendet. Ein beliebter Fehler ist, dass man nicht sagt, ein Körper der Temperatur T strahlt so und so, sondern dass man sagt, ich habe eine bestimmte Strahlung, die ich beobachte, und dann schließe ich daraus aus die Temperatur. Das ist ein Standardfehler der Klimatologen, dieses Gesetz unter Vertauschung von Ursache und Wirkung anzuwenden, was nicht zulässig ist. Und Arrhenius hat diese Fehler auch gemacht. Die Computerklimatologen sagen, wenn man die CO2-Konzentration in der Modellatmosphäre verdoppelt, erhält man mit Computersimulation eine Erhöhung der mittleren bodennahen Temperaturen. Und dann gab es, je nach Veröffentlichung, mal diese Bandbreite, mal diese Bandbreite. Nun ist es so, dass die globalen Computermodelle nicht auf physikalischen Grundlagen beruhen, weil bestimmte physikalische Prozesse, wie zum Beispiel Reibung, wie Wärmeleitung, wie Turbulenz, sozusagen Strudeligkeit, weggelassen sind. Und wenn man wichtige Sachen in Modellen weglässt, dann ist es eben keine Wissenschaft mehr. Dann ist es nur noch Illustration von Spekulationen. Nächste. Die modern primitiv berechneten Treibhauseffekte funktionieren so ähnlich wie die Argumentation von Herrn Arrhenius. Die mittlere bodennahe Lufttemperatur wäre minus 18 Grad, wenn man sich CO2 und oder Wasserdampf und oder die ganze Atmosphäre und die Ozeane wegdenkt. Verwendet wird die Strahlungsintensität der Sonne, die mittlere Einstrahlung, und die Weisheit der Erde und die mittlere Temperatur der Erde. Und die mittlere Temperatur der Erde, die berechnet man aus der Strahlungsleistung, weil das aber ein T hoch 4 Gesetz ist, dreht man einfach die Formel um und zieht die vierte Wurzel aus der Strahlungsleistung, nachdem man vorher die Strahlungsleistung über die ganze Erde gemittelt hat. Und das ist physikalisch und mathematischer völliger Unsinn. Sie müssen sich das mal so vorstellen, Ihr Lehrer in der Schule, der mittelt nicht die Zensuren durchs arithmetische Mittel, um Ihnen eine Note zu verpassen, sondern er nimmt die Quadrate der Zensuren oder die vierten Potenzen, zieht daraus die vierte Wurzel, da kriegen Sie was ganz anderes raus. Das heißt, da wird mathematisch Unsinn fabriziert. Und es ist so, dass zum Beispiel diese berühmten minus 18 Grad ohne Treibhauseffekt, das ist eine fiktive Temperatur für die ganze Erde, die überhaupt keinen Sinn macht. Das ist so, ich würde ja nie auf die Idee kommen, Dinge zu mitteln, die nicht sozusagen in Beziehung stehen. Und wie gesagt, das ist sozusagen das Hauptargument, dass schon der Ansatz, eine Sache zu postulieren, die falsch ist, um dann herzuleiten, dass die Realität anders ist und ein Treibhauseffekt besteht, nicht zulässig ist. Auch die in der globalen Klimatologie verwendeten Computersimulationen erklären nicht den Treibhauseffekt. Und das sind ja die Simulationen, auf die in den Nachrichten vor allem verwiesen wird. Es gibt zig verschiedene Klimamodelle. Es sind so vielleicht so 20 Klimamodelltypen, die jetzt an den Rechenzentren behandelt werden, größenordnungsmäßig. Es ist entscheidend, dass bei all diesen Computermodellen die verwendeten Gleichungen das betrachtete System, das atmosphärische System oder das atmosphärisch-ozeanische System prinzipiell unvollständig modellieren. Wobei die verwendeten Näherungen prinzipiell unzulässig sind. Ganz bestimmte Sachen sind nicht modellierbar. Und das hängt mit der mathematischen Struktur der Probleme zusammen. Sie können zum Beispiel Reibungs- oder Wärmeleitungsphänomene oder Turbulenzphänomene auf dem Computer nicht modellieren. Bei nicht-linearen Zeitentwicklungsgleichungen, also sehr komplizierten mathematischen Gleichungen, kann man im Grunde genommen keine, ich will das mal vereinfacht ausdrücken, einfachen Formeln finden, die aus Mittelwerten Mittelwerten berechnen. Und man muss ja Mittelwerte reingeben, weil man gar nicht alles genau messen kann. Und es gibt eben keine einfachen Formeln, die zukünftige Mittelwerte aus vergangenen Mittelwerten berechnen. Denken Sie wieder an die Schulklasse, um etwas Populäres zu sagen. Sie können nie aus dem Mittelwert einer Klausur und einem Modell, wie der Lehrer sich verhaltet, den Mittelwert einer zukünftigen Klausur berechnen. Da gibt es einfach keine Formeln für. Es gibt natürlich immer einzelne Bewegungsgleichungen für Einzelwerte, aber das Atmosphärsystem ist eben viel zu komplex. Bei den Computersimulationen des Globalklimas handelt es sich um nutzlose Spielereien auf Kosten des Steuerzahlers darunter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017